Mein Name ist Julia, ich bin Management Assistant. Tatsächlich arbeitet meine Mutter bei Enterprise. Sie hat mir schon immer erzählt, was für eine tolle Firma Enterprise ist. Ich habe mich für diese Stelle bei Enterprise entschieden, weil ich wusste, dass es sehr flexibel ist, dass ich sehr viele Herausforderungen haben werde. Meine täglichen Aufgaben erstrecken sich von der Flottenplanung bis zur Mitarbeiterführung, Kundenakquise und das Vorbereiten auf Interviews für meine Mitarbeiter. Mich motiviert auf jeden Fall, dass ich meine Kunden glücklich stellen kann und vor allem der Spaß an der Arbeit und der Spaß mit meinen Kollegen. Wenn ich einen Tag lang CEO bei Enterprise sein könnte, dann würde ich mehr Frauen motivieren, Führungskräfte einzunehmen. In fünf Jahren sehe ich mich hoffentlich als Area Managerin. Ich würde jemandem empfehlen, bei Enterprise anzufangen, weil unsere Karrieremöglichkeiten so unglaublich groß sind, weil Integration etwas ist, was wir wirklich leben, weil wir Teamwork schätzen und weil wir sehr viel Spaß an der Arbeit haben. Enterprise in drei Worten für mich ist Spaß, Herausforderungen und Freunde.